Hi Leute, pünktlich zum neuen Jahr kamen meine neuen Schuhe an und ich bin so gespannt, wie sie aussehen. Lasst uns nachgucken. Oh my goodness, schaut sie euch an. Ich liebe sie. Ich habe sie schon im Internet gesehen und habe mich sofort verliebt. Und sie sehen halt auch im Real Life einfach genauso cool aus, richtig schön, top verarbeitet. Auch das Design finde ich einfach so cool. Es ist einfach schlicht gehalten. Nicht irgendwie so große Marken, die an der Seite pranken, sondern hier oben an der Lasche Air Jordan und hinten Nike, aber wirklich hier die Seiten so klein. Genau, top verarbeitet, ey. Lieder. Guckt euch das an. Einen Traum vorne schon. Oh Gott, ich werde sie lieben. Ich bin gespannt, wie die sich tragen. Ich werde euch in den nächsten Tagen berichten. Aber ich liebe sie jetzt schon. Tschömm. Tschömm. Tschö Senhor yAng. Musik Malo abonni cyklig.